In Ihrem Mitarbeitermenü können Sie bequem einen Urlaub und andere Abwesenheiten beantragen. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse mywirtig.net ein. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an. Klicken Sie im Mitarbeitermenü auf Abwesenheitsantrag. Markieren Sie Ihren Namen. Klicken Sie auf den Button Neu. Geben Sie nun den Abwesenheitsgrund ein, beispielsweise Erholungsurlaub, Sonderurlaub, Freizeitausgleich usw. Welche Abwesenheitsgründe es in Ihrem Unternehmen gibt, hat Ihr Unternehmen festgelegt. Sprechen Sie in Zweifel Ihren Vorgesetzten an. Tragen Sie unter Datum von den ersten Tag Ihrer Abwesenheit ein. Wenn Ihre Abwesenheit länger als einen Tag dauern soll, tragen Sie unter Datum bis den letzten Tag ein. Bei eintägigen Abwesenheiten können Sie dieses Feld leer lassen. Wenn Sie nur halbtags abwesend sein wollen, ändern Sie diese Einstellung. Erkundigen Sie sich aber zuvor bei Ihrem Unternehmen, ob Sie halbe Tage beantragen dürfen, denn andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Unter Bemerkung können Sie eine Notiz für sich eintragen oder eine Nachricht für Ihren Vorgesetzten, der Ihren Antrag prüfen und freigeben muss. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, sollten Sie den Entwurf speichern. Im Feld Aktion können Sie verfolgen, dass das System Ihren Antrag erfolgreich gespeichert hat. Prüfen Sie nun, ob die Antragsdaten korrekt übernommen wurden. Beispielsweise könnte es passieren, dass Sie versehentlich mehr Urlaube beantragen, als Ihnen noch zusteht. Im Feld Tage sehen Sie die Anzahl von Arbeitstagen, für die Sie Urlaub beantragt haben. Der Stichtag ist der letzte Tag Ihres Antrags. Im Feld Stichtagsjahr sehen Sie Ihren Jahresanspruch. Im Vortrag Vorjahr sehen Sie den Restanspruch, der aus dem Vorjahr übernommen wurde. Wie viele Tage Sie bis zum Ende Ihres Antrags in diesem Jahr bereits beantragt haben, sehen Sie im Feld bis Stichtag genommen. In Tage noch verfügbar sehen Sie, wie viele Tage Ihnen in diesem Jahr noch zustehen. Wie viele Tage Sie bereits für den weiteren Jahresverlauf beantragt haben, sehen Sie im Feld Nachstichtag vorgemerkt. Wenn Sie etwas an Ihrem Antrag korrigieren möchten, ändern Sie die entsprechenden Daten und speichern Sie Ihren Entwurf erneut. Wenn Sie Ihren Antrag doch nicht absenden möchten, lassen Sie ihn einfach als Entwurf stehen. Vielleicht möchten Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Löschen können Sie Ihren Entwurf nicht. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Antrag absenden. Klicken Sie hierzu auf Beantragen. Der Antrag wird nun an Ihre Vorgesetzten weitergeleitet.